Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student. Wir üben weiter im Kapitel 13 der Relativsätze das Relativadverb wo bei unbestimmten allgemeinen Zeitangaben. Im Moment sind wir im Herbst. Sprechen Sie mir bitte nach. Der Herbst ist die Jahreszeit wo die Natur stirbt. Nummer 1. Der Herbst ist die Jahreszeit wo alles verblüht. Nummer 2. Der Herbst ist die Jahreszeit wo die stürmischen Winde wehen. Nummer 3. Der Herbst ist die Jahreszeit wo sich die Blätter der Bäume und färben. Nummer 4. Der Herbst ist die Jahreszeit wo sich die Nebel über die Landschaft legen. Nummer 5. Der Herbst ist die Jahreszeit wo die Blätter von den Bäumen fallen. Nummer 6. Der Herbst ist die Jahreszeit wo die Abende früher kommen. Nummer 6. Ich sage Ihnen Tschüss bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.